Hallo, ich bin Ramona, Chemielaborantin aus dem Mellerut-Team. Dieses Mal stelle ich euch die Anwendung des Mellerut Geruch- und Fleckenentferner vor. Das Produkt entfernt nicht nur den Geruch, sondern zersetzt zusätzlich die Geruchsquelle für einen nachhaltig frischen Duft. Für ein optimales Ergebnis zunächst losen Schmutz entfernen. Dann das Produkt aussprühen und einwirken lassen. Mit einer Bürste oder einem Schwamm nacharbeiten. Den gelösten Schmutz mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen. So bleibt dank des Mellerut Geruch- und Fleckenentferners der Wert und das Wohlgefühl im Caravan oder dem Auto lange erhalten. Wir wünschen viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Mal. Wir wünschen viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Mal.